Die offensive Zukunft ist ein Programm, welches entstanden ist, basierend auf den Bedürfnissen der Ein-Personen-Unternehmen in Wien. Wir haben diese eingefangen, sozusagen in vielen Gesprächen, es sind ja hunderte Stunden an Gesprächen mit Ein-Personen-Unternehmerinnen und Unternehmern in den letzten Monaten, zwölf Monaten während der Pandemie, noch intensiver geführt worden. Dort haben wir festgestellt drei Sachen, nämlich die Kennzahlen sind ein riesengroßes Thema, das Wohin gehen nach dieser ersten Schockstarre und wie kann ich das Ganze finanzieren. Und hier kommt die Unterstützung von der Stadt Wien, vom WAV, von der Wirtschaftsagentur Wien, die die Projekte unterstützen und von der Wirtschaftskammer in Form von Beratungspaketen, in Form von 14 Stunden, wobei die ersten vier Stunden komplett kostenfrei für die Unternehmer sind und dann zehn Stunden mit 40 bzw. für Junggründer sogar mit 60 Euro gefördert sind.